Sie sind hier 1. Dezember 2018, 8.29 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Dennis Schröder, L. und Rasel Westbrook harmonieren bei OKC immer besser, Urheberrecht gett, die Images OKC hat gegen Kellerkind Atlanta keine Probleme. Dennis Schröder spielt gegen sein Ex-Team groß auf. Überragt wird der Deutsche nur von Rasel Westbrook. Der deutsche Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit Oklahoma City Thunder in der NBA gegen sein Ex-Team den nächsten Sieg eingefahren. Der Champion von 1979 gewann gegen die Atlanta Hawks 124 zu 109 und unterstrich mit dem 14. Saison-Sieg seine gute Form. Schröder, der im Sommer nach 5 Jahren bei den Hawks zu OKC gewechselt war, kam in rund 28 Minuten Einsatzzeit auf eine gute Quote von 18 Punkten, 8 Assists und 3 Rebounds. Stärkster Werfer bei den Gastgebern war einmal mehr Superstar Rasel Westbrook 23 Punkte. Der fünfmalige Allstar Paul George fügte 20 Punkte hinzu. Anzeige, jetzt die neuesten NBA-Fan-Artikel kaufen, hier geht es zum Schob. Nach einem ausgeglichenen ersten Viertel übernahmen die Thunder allmählich die Kontrolle über die Partie. Ein furioses zweites Viertel, das mit 38 zu 20 an OKC ging, war bereits die Vorentscheidung. Schröder und Co. Liegen damit in der Western-Konferenz auf Platz 3, noch vor Titelverteidiger Golden State Warriors und den Los Angeles Lakers um Superstar Libren James. Zur Tabelle der NBA-Anzeige, die NBA Live bei DAZN, jetzt gratis Monatsichern Atlanta ist mit nur 5 Siegen bei 18 Niederlagen das drittschlechteste Team der gesamten Liga. Sport 1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Live-Streams, Live-Dicker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr Seasonal 3 . 7 8 8 9 10 10 10 11 11 Untertitelung des ZDF, 2020